Wir werden angegriffen! Stand halten, Männer! Runenkrieger, zu mir! Das ist ein Hinterhalt! So, jetzt sollte ich mich zurückziehen können. Wir werden angegriffen! Komm, einen töte ich selber. So, währenddessen nehmen wir die Blutäsche hier alles auseinander. So, jetzt ist es noch ein paar Schmutzern. So, jetzt muss ich mich über die Ballen geteilt. So, jetzt müssen wir die Blutäsche hier ein. So, jetzt geht's das hier. So, das war das erste Lager. Komm, Blutäsche, bei Fuß. Hast du toll gemacht. Komm, Blutäsche, bei Fuß. Ja, Blutäsche ist halt langsam. Komm, Blutäsche, bei Fuß. Komm, Blutäsche. Komm, Blutäsche. Ja, das Lager hier oben wird halt lustig. Weil es ist kein einzelner Turm, es sind ziemlich viele Türme und bis Blutäsche da alles platt gemacht hat, wird es eine Weile dauern. Vor allem werden wir vielleicht ein paar Mal dabei drauf gehen. Was auch nicht schön wäre, weil dann würde das so Fahrungspunkte kosten. So, Blutäsche ist da, wir speichern wieder. Das ist ein Hinterhalt. So, jetzt sollte Blutäsche hier randalieren. So, Blutäsche. 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 Jetzt lassen wir in Ruhe hier alles kaputt machen. Oh, das war's für mich. So, jetzt kommt der eigentlich schwierige Teil. Der sehr schwierige Teil. Runenkrieger, zu mir! Komm, schieß nochmal. Und rückzuck. Und das war nicht gut. Ist egal. Wir kommen damit eigentlich klar. Das ist ein Hinterhalt! Weil genug wegrennen würde uns nicht viel bringen. Stand halten, Männer! Vorsicht, Gegner! Au! Na, wir können mal kurz gucken. Das dürfte uns sehr viel XP kosten. Ja, tut es auch. Stand halten, Männer! Okay, da bin ich auch schon im roten Bereich. Ja, okay, will ich beenden. Und ich sagte, ja, das kann jetzt ein paar Tode geben. Vorsicht, Gegner! Ja, dadurch geht Blutäsche hier zwar randalieren, aber ich will die Erfahrungspunkte nicht verlieren. Runenkrieger, zu mir! Komm, Feuer nochmal! Komm, Feuer nochmal! Das ist ein Hinterhalt! Jetzt raus hier! Genau! Weg, weg, weg! Okay, er reagiert nicht. Warum reagiert er nicht? Okay. Weil ich weiß, ich komme nicht so an den Türmen vorbei, um ihn ins Lager zu locken. Ich werde sterben dabei. Wohnenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Okay, da gibt es einen Weg rüber, den ich nehmen sollte. Den können wir noch probieren. Schlagt euch mit der Blutesche rum. Riecht es wie raus hier. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt sollte er die Türme einreißen. Okay, einen Turm hat er eingerissen. Wir werden angegriffen. Stand halten, Männer! Ja! 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 Ja!